Über IsioVision bietet Technisat Ihnen ein wachsendes Angebot interessanter Themenportale zu den verschiedensten Themen. Auf der Startseite finden Sie eine Übersicht der aktuell verfügbaren Portale. Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung können Sie die einzelnen Portale ansteuern und mit der OK-Taste auswählen, wie beispielsweise das Weinportal. Im Themenportal selbst finden Sie im rechten Bereich eine kurze Information zum jeweiligen Thema. Auf der linken Seite finden Sie die Kategorieübersicht des Portals. Diese können Sie mit den Pfeiltasten der Fernbedienung ansteuern oder auch direkt über die Zifferntasten aufrufen. Mit einem Druck auf die 1 gelangen Sie beispielsweise in die Kategorie Weinwissen. Auf der rechten Seite finden Sie nun die Links dieser Kategorie. Mit einem Druck auf die OK-Taste öffnen Sie die Webseite und erhalten weiterführende Informationen zum gewählten Thema. Über die Zurück-Taste der Fernbedienung gelangen Sie wieder ins Portal und können einen neuen Link oder eine andere Kategorie auswählen. Über die grüne Farbtaste gelangen Sie zurück zur Themenportal-Startseite. Da die Portalauswahl regelmäßig erweitert wird, gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Technisat wünscht Ihnen viel Spaß mit den isiovision-Themenportalen. Beide die Leipzig-Themen ansteuern. Die Leipzig-Themen in der Weltkabel-Campen. Beide die Leipzig-Impelver Hm-Modelt ... ... ... Vielen Dank.